Frenkel Frotzet. Heute. Let's Play Restaurant Simulator. Ja, komm. Ach, da muss ich draufklicken. Da wohnt er wohl, hä? Äh, nein. Ja, komm, erzähl, ob er... Gut gemacht, Armand. Du weißt nun, wie du dein Restaurant einrichtest. Jetzt sehen wir mal, was du deinen Gästen servieren wirst. Dies ist schließlich ein Speiselokal. Unter der Speisekarte ist das Speisekarte-Menü. Es gibt mehrere Buttons, aber im Moment konzentrieren wir uns darauf, deiner Karte Gerichte hinzuzufügen. Die anderen Buttons... Wie du siehst, wurde das Speisekarte-Menü ersetzt durch das Rezept-Menü, das Archiv all deiner verfügbaren Rezepte. Da du gerade erst anfängst, hast du nur eine Handvoll Rezepte zur Verfügung. Die fünf viereckigen Buttons oben im Rezept-Interface sind den verschiedenen Gängen zugeordnet. Klicke links auf den Weiter-Button, um fortzufahren. Unter den Buttons für die Gänge ist eine Tafel mit Namen und Ansicht des aktuellen Rezepts. Es gibt dort auch zwei runde Pfeil-Buttons, um in deiner Rezeptliste vor- und zurückzublättern. Ne, Freunde. In diesem Fall den Hauptgerichten. Ja, was denn jetzt hier? Nur zu, versuch es. Mit Linksklick auf die Pfeil-Buttons durch deine verfügbaren Rezepte. Ja. Wenn du fertig bist, klicke links auf Weiter. Ja. Gut, weiter, komm. Siehst du die Flaggen-Icons hinter jedem Rezept-Namen? Ja. Die Flaggen zeigen die Eignung eines Rezepts für einen bestimmten Küchenstil an. Französische Rezepte für französische Küche, italienische für italienische Küche und so weiter. Ja, komm. Manche Rezepte haben mehr als eine Flagge. Das bedeutet, das Rezept eignet sich für mehrere Küchenstile. Ja. Klicke links auf den Weiter-Button. Anstatt mit den Pfeil-Buttons einzeln durch die Liste zu blättern, können wir auch die Dropdown-Liste aufrufen. Die Dropdown. Klicke einfach links irgendwo in die Rezeptanzeige. So kannst du mehrere Rezepte auf einmal sehen und auch mit dem Scrollbalken in der Liste auf- und abfahren. Wenn ich jetzt aber nicht Französisch kochen will, hä? Einfach auf ein Rezept links klicken. So, was haben wir denn? Muscheln-Igitt. Ja, dann ist das eher was für mich. Direkt unter der Vorschau ist eine zweite Box mit der Rezeptbeschreibung. Die Beschreibung vermittelt dir eine Vorstellung davon, woraus das Gericht besteht und wie es zubereitet wird. Manche Rezepte haben tatsächlich auch eine historische Bedeutung. Du siehst im unteren Teil des Rezeptmenü vier große runde Buttons. Die stehen von links nach rechts für Rezeptduplizieren, zur Speisekarte hinzufügen, Speisekarte sehen und filtern. Klicke links auf den zu Speisekarte hinzufügen Button, um das aktuelle Rezept aufzunehmen. Ein Pop-up Fenster bestätigt dir den neuen Eintrag in deine Karte. Um dein neues Rezept auf der Karte zu sehen, klicke links auf den Speisekarte-Ansehen Button. Nun bist du wieder im Speisekarte-Menü, mit dem Unterschied, dass wir ein Rezept hinzugefügt haben. Nun können deine Gäste wenigstens etwas bestellen. Dein Angebot ist allerdings noch ein wenig mager. Schaffen wir doch etwas Abwechslung und wiederholen die Prozedur mit ein paar weiteren Rezepten. Für den nächsten Schritt musst du dich wieder im Speisekarten-Menü befinden. Siehst du die Pfeil-Buttons an den unteren Ecken der Seiten erscheinen? Mit diesen Buttons kannst du durch deine Speisekarte blättern. Sieh dir an, was du deinen zukünftigen Gästen anbieten wirst. Klicke links auf die Buttons, vorherige Seite und nächste Seite. Ich habe erst ein Gericht da drin, da brauche ich nicht blättern. Wenn du dir in Ruhe die Gerichte in deiner Karte angesehen hast, klicke links auf den Weiter-Button, um fortzufahren. Ich muss noch ein Rezept dazufügen. Da gibt es ja echt nur Scheiße, oder? Also wir brauchen auf jeden Fall, war das jetzt ein Hauptgericht eigentlich, oder was? Ja, das war ein Hauptgericht, gut. Dann gehen wir mal nochmal in die Hauptgerichte, ja? Das hier klingt noch ganz okay hier. Das nehmen wir auch noch dazu. Dankeschön. Und dann natürlich noch ein drittes Gericht, diese Pfefferschoten. Das nehmen wir auch noch mit dazu. Oh Gott, ist das langweilig. Dann braucht man natürlich noch was für ein Frühstück. Ja, Sahn- und Löffel-Biskuits, die kannst du in der Körperöffnung deiner Wahl stecken. Ich mache höchstens die Eier. Noch dazufügen. Jawohl. Vorspeisen. Was könnten wir denn da mal alles machen? Mal gucken, was? Entenleber. Uäh! Uäh! Okay. Da bleibt wohl nur der Lachs. Zur Speisekarte hinzufügen. So, und dann noch ein Dessert. Schlubbeldiwupp. Schokotorte. Ja, Schokotorte ist gut. Zack. So, und da wir in den ganzen blöden Kochsendungen schon gelernt haben, ja? Bei diesen Kochprofis, dass die meisten Blöd-Heini-Restaurants zu viele verschiedene Mahlzeiten anbieten, ist jetzt hiermit Schluss. Ich gehe jetzt hier raus, oder wie war das? Ja, ist das nicht der Brüller? Kann mir einer das komische Bild da aus dem Bild nehmen? Ach. So. Jetzt kann ich blättern. Jetzt lohnt sich's auch. Der Wahnsinn, oder? Ich bin ein Kochgott. Ein Restaurantkönig. Frühstück vor... Ja, ist wurscht. So, wie geht's weiter? Weiter, Button. So weit, so gut. Du weißt jetzt in etwa, wie du deiner Karte Rezepte hinzufügst. Nun wollen wir sehen, wie du deinen Gästen den Aufenthalt noch weiter... Es erscheint ein Fenster mit einer Liste heißer und kalter Getränke. Die kalten Getränke sind weiter unterteilt in alkoholische und alkoholfreie. Alle Getränke haben einen festen Einkaufspreis. Also musst du nur noch auf die Kästchen links neben einem Getränk links klicken... Ja, das mach ich jetzt. Halt die Klappe! Es gibt natürlich nur Alkohol. Wenn du mit dem Auswählen fertig bist, klicke links auf den OK-Button unten auf der Getränkeliste. Weil mit Alkohol kann man sich auch schlechtes Essen schön saufen. Deswegen gibt's da nur Alkohol, damit die Gäste besoffen sind und nichts merken. So, fertig. Eine Lizenz erwerben. Möchte ich das? Nein, aber ich muss. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ein Wort zu den alkoholischen Getränken. Toll, dass du es mir hinterher sagst, du blöder Affe! Musst du zuvor für eine Gebühr von 20.000 Dollar... Ja, leck mich. Wollen wir die Speisekarte ein wenig gestalten? Drei Dinge kannst du beim Erscheinungsbild deiner Karte ändern. Oh Mann. Die Schriftart des Titels, die des Textes und den Hintergrund. Fangen wir mit dem Titelfond an. Ja, ist ja gut. Klicke links auf den Titelfond-Button. Zwei Pfeilbuttons erscheinen an den Seiten. Durchsuche damit die verfügbaren Fonds, bis du einen siehst, der dir gefällt. Ich glaube nicht, dass das eine ernsthafte Auswirkung auf das Spiel hat, oder? Das ist doch völlig egal. Passt. So, Titelfond. T. Halt, das wollte ich nicht. Äh, Titelfond. Bla, 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 bla. Dann de-wichtig. Ebenso kannst du mit Links-Klick auf die Buttons Text-Fond und Hintergrund deiner Speisekarte weiter verändern. Gestalte deine Karte, bis sie dir gefällt und zu deinem Restaurant passt. Wenn du fertig bist, fahre fort mit Links-Klick auf den Weiter-Button. Wenn du fertig bist, nimm dir schnell das Leben, damit du nicht weiterspielen musst. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja der Brüller. Ich hab drei verschiedene Schriftarten. Das haut mir ja total um. Äh. Ich hasse euch, dass ihr das für mich ausgesucht habt, das Spiel. Ich hasse euch. Abgrundtief! Das ist doch mal schön. Da werden die Gäste auch gleich aggressiv und hauen alles zusammen wahrscheinlich. Was soll das denn sein? Ein Cowboy? Ein Cowboy in einem französischen Restaurant? Und das sieht aus wie ein Poesiealbum. Ich könnte brechen. Oh Gott. Wisst ihr was? So sieht mein Toilettenpapier aus. Ich mag nicht. Überbackene Eier. Ach, Rock. Ich glaube, ich nehm das hier. Das schaut wenigstens aus wie Friendsman. So, weiter! Ach so. Wieder deaktivieren erst, ne? So, weiter! Nun fehlt uns nicht mehr viel. Wenn du einmal Einzelheiten eines beliebigen Rezeptes deiner Karte ansehen möchtest, einfach auf den Rezeptnamen doppelklicken und du kommst zurück zum Rezeptmenü. Du siehst den voreingestellten Preis im Rezeptmenü. Der Preis deines Restaurants für dieses Gericht. Wenn du fertig bist... Weiter! Ach da! Weiter! Der letzte Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, ist im Speisekarte-Menü. Also ruf das jetzt auf. Willst du einmal ein Rezept von der Karte entfernen, weil es sich zum Beispiel schlecht verkauft, dann markiere das Rezept durch Linksklick auf den Rezeptnamen. Klicke dann links auf den Rezept entfernen. Ja, okay, komm, das brauchen wir nicht. Unser Essen schmeckt gut. Du bist bereits recht geschickt im Jonglieren mit Rezepten und Menüs. Jetzt musst du nur noch dein Speisenangebot für dein neues Restaurant richtig einstellen. Ha, da haben wir es wieder! Was du eben in diesem Tutorial gelernt hast. Da haben wir es wieder, da haben wir es wieder. Da behauptet, ich soll so viele Rezepte dazufügen. Wie geht, ja? Das ist schmarrn. Ich habe diese Kochsendungen gesehen. Ich weiß, dass das schmarrn ist. Und du hörst auf zu reden, du Arschgesicht. Wir treffen uns in meinem Haus für den nächsten Trashkurs. Ja, komm, das machen wir doch noch, oder? So, wie komme ich da raus jetzt? Zack. Mein Gott. Was ist das hier? Tipps, ja. Ich soll jetzt, ich muss wieder raus aus dem komischen Ding hier. Raus und, äh, Abenteuer, Heini. Komm, zeig's mir, Baby. Oh Gott, ist das langweilig. Oh Gott, oh Gott. Auswahl der Mitarbeiter. Schön. Onkel, kann ich dich was fragen? Ich schau aus wie ein Mädchen, ey. Schau doch mal die Tolla da an. Ist ja furchtbar. Und dann hält er sich dauernd in den Sack, wie bei der Freistoßmauer. Ach, komm, hör auf. Ah, wird nicht lange rumgeredet hier. Du hast dein Restaurant eingerichtet und die Karte zusammengestellt. Aber wer wird die Bestellungen aufnehmen? Keine Ahnung. Wer berichtet die Gerichte zu? Mir scheißegal. Ja, total witzig, oder? Ja, komm, hab ich sie griffen. Die Anzeige enthält nun eine ganze Menge Informationen. Wir wollen diese Informationen mal in verdauliche Happen zerlegen. Beginnen wir oben im Mitarbeitermenü und arbeiten uns nach unten vor. Siehst du die zwei unten Buttons oben am Interface? Einer stellt einen Koch dar, der andere einen Kellner. Damit wechselst du zwischen dem Kochfeld und dem Servicefeld. Ein Linksklick auf das Servicefeld zeigt dir, wie die Anzeige sich ändert und die... Jedes Restaurant braucht mindestens einen Koch, der die Gerichte zubereitet, einen Restaurantleiter, der die Bestellungen aufnimmt, einen Kellner zum Servieren und einen Rezeptionisten, der den Gästen ihre Plätze anweist. Ja, 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 ja.